ach ja 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 und das überlebt er ich gehe kurz auf die toilette du bist heute das ist die kackgranaten werfen wir jetzt mal diese kacke hier weg so und jetzt endlich benutzen jetzt will ich meine jetzt will ich meine so so wie können wir bitte oh wie können wir das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht dass wir jetzt als wicke einem wieder ja dann nimmt sie jetzt mal das gut was machen wir jetzt hier damit was machen wir jetzt hier damit aha ich habe keine Ahnung als erstes wurde irgendeine Schleuse geöffnet ja hier explodiert alles zum ganz ah da ist sie oh nein ich weiß schon jetzt was passiert oh hier sind wieder diese wo wo kommen denn die wo kommen denn die die zombies auch haben wir wieder her das ist da oben da oben ja sieht schon stylisch aus ja da ist er mit bis dieses Tor zurückfährt oder das ist schon die Seeρη okay jetzt jetzt gibt es mich du liebe zeit boah halt schon der ist der wichtigste dass der mein arsch ist aber jetzt gut dann kann ich es nicht mehr Fuck Okay komm jetzt 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 okay wir sind hier schönes Pistolenmonition sie ist der Pistole gar nicht mal so übel was können wir hier was können wir hier machen keine Ahnung können die nächste Schleuse öffnen oder das finde ich echt cool wenn sowas ganz lange dauert das finde ich cool das finde ich sehr wirklich toll die wende gleich wieder welche oh nein ja es ist so ein Viecher ausgebrochen super ja also hier hätten wir mal ja jetzt kommt jetzt kommt das Viech gleich oh das sind gleich zwei das sind gleich zwei oh du scheiße ach du scheiße so okay was ist jetzt was ist ja 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 lauter tolle Sachen haben wir jetzt hier und sicherlich werden wir das schaffen auf das habe ich jetzt wirklich echt keine Lust da hier rein da okay 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 ja jetzt sind wir im Arsch nein 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 ja schlechte Idee hier rein zu gehen wenn die Viecher noch verfolgt okay kurz dann sind wir halt mal wieder drauf gegangen wie immer das heißt wir machen hier ähm ja wir nehmen alles mit es wäre echt geil wenn wir alles mitnehmen können dann bleibt es da und es bleibt auch da bleibt die mp daheim verkaufen wir Elektroblend blend 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 ja auch noch blendend so fertig ja aber das heißt wir sind es wurde gespeichert ja 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 wünsche ja ja warte okay ja ja Dann haben wir schon den ersten Block Okay, die sind ja eigentlich nicht so schwer Aber du weißt, wo denn schießen wir Back here Back here Zwei, zwei, drei Bist du gleich böse Nein, 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 nein Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie Wenn man immer drauf gehen muss Ich hasse sie Okay, nein Wir nehmen, wir nehmen Nimm Schottgang Wir nehmen jetzt ab sofort Schottgang Los, geh Ja, überspringen wieder Ja Ja, schnell geht's wieder zu, gell Ja Ja, ich bin jetzt schon ein paar Mal gestorben Und jetzt laden wir ja schnell nach, bevor das was der kommt Oh, weg hier Nicht gut, ganz schlecht Oh, okay Ich bin jetzt gleich schon das dritte Mal gestorben Und das letzte Mal war das, was jetzt gerade, wo du mitbekommen hast War das kürzeste Beim anderen hätte ich nur noch eins, aber dann, beim anderen bin ich dann in die Ja, ja, ja Der Schott wird, ich, ich liebe nochmal, aber es ist solche Sachen, wenn du so So, jetzt gehen wir hier hoch, weil dann Kommen diese erst totalen Monster mal hier nicht rein Boah, meine Maus hängt wieder Okay, sie kommen hier hoch Dann gehen wir jetzt mal schnell weg Wir laufen hier schnell weg Sonst gibt's was auf dem Speck Okay, komm Weg hier Weg hier Okay, 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 lol, los, 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 los Okay, jetzt, jetzt ist es offen, jetzt ist es offen Nein, jetzt ist wieder nicht Weil ich hasse es, wenn sie mir immer vor die Fresse herumläuft dann Scheiße, Sackgasse Oder floh siehst du jetzt kommen zwei solche mit beim match fetten minigun und dem einen zwei stück ich habe immer noch diese scheißviecher am hals und wo ist die schon wieder das hast du sowas von so so richtig mehr als ich sehe dass ich jetzt der bei ich habe eine aussicht ja nächstes Jahr weckt da war wie kann man nur so blöd sein das frage ich mich und jetzt weg da und wir haben ja nicht mal genug munition ja kaum schon am 9 okay wir brauchen eine andere technik eine andere technik nicht gut nicht gut also mit Schottgang kannst es fast vergessen du brauchst der Präzisionsschüsse du musst auf die du musst auf die dieses komische Zeug da schießen gert so da kriegt sie die Muni und sie wird sie dann gleich ausrüsten wie ich sie kenne und wenn wir nicht die Munition wenn wir die Munition nicht mitnehmen dann bräuchten wir auch nicht die mitnehmen